Musik Ein wesentlicher Durchbruch für die GBM war wohl sicher die Zertifizierung, die eigentlich dann das Thema Projektmanagement in vielen Köpfen und auch in vielen Firmen positiv beeinflusst hat und eigentlich sehr zum Aufbau und zur Entwicklung der GBM beigetragen hat. Denn das war eine echte Revolution gewesen. Vorher haben wir alle so ein bisschen hier ein bisschen trainiert und da ein bisschen trainiert, um nicht zu sagen klug dahergeredet, sondern das hat Zertifikate gebracht. Und das hat sich im Laufe der Zeit in der Industrie, in der Wirtschaft überall sehr gut angelassen.